Hallo und herzlich willkommen bei Folge 22 von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom EZEM und ich freue mich sehr, dass Sie auch bei dieser Folge wieder mit dabei sind. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Und ganz ehrlich, ich habe mir das eigentlich ganz anders vorgestellt. Ich hatte fast 25 Jahre ein erfülltes Berufsleben als Verantwortlicher für das Themenfeld Customer Experience Management bei einem der größten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Und ich war gerade dabei, mich noch einmal auf etwas völlig Neues einzulassen. Marketing, Technologie und Customer Experience bei Pellando, einem dynamischen, jungen Produzenten und Händler für Tierzubehör, das sich gerade vom Start-up zum mittelständischen Unternehmen entwickelt. Außerdem wurde ich Partner im Institut für Customer Experience Management, um meiner besonderen Leidenschaft für alle Themenbereiche des CX-Managements weiter nachgehen zu können. Es war eigentlich alles ganz gut aufgestellt für ein spannendes und interessantes Jahr 2020, das dann bei mir wie bei vielen anderen auch komplett anders ausfiel als geplant. Covid-19 breitete sich rasend rund um den Erdball aus. Die betroffenen Länder reagierten sehr unterschiedlich, die Verunsicherung wuchs. Ab Ende Februar arbeitete der Krisenstab des Bundesgesundheitsministeriums und des Bundesinnenministeriums. Im März eskaliert die Situation in Italien und Spanien. Deutschland begibt sich in den ersten Lockdown. Seitdem ist vieles nicht mehr wie früher. Spontanes Reisen, Events mit vielen Menschen verboten. Ganze Branchen wie die Reiseindustrie, Gastro und Hotellerie sind existenziell bedroht. Unternehmen schicken ihre gesamte Belegschaft ins Homeoffice. Neue Führungsmodelle müssen sich bewähren. Der deutsche Staat und die Europäische Union beschließen massive Hilfsgelder zur Abfederung der negativen Konsequenzen der Krise. Diese Krise trifft aber nicht jeden gleich. Der Online-Handel explodiert. Software wie Zoom und Teams wird überfallartig in Unternehmen eingeführt, mit entsprechend vollen Auftragsbüchern der IT-Consultants und steigenden Aktienkursen einschlägiger Anbieter. Auf der anderen Seite zum Beispiel die Fitnessstudios und freiberufliche Trainer oder Musiker. Viele stehen schlagartig vor einer bedrohlichen Zuspitzung ihrer persönlichen Situation, weil die Aufträge ausbleiben. Logistiker verzeichnen ein ungeahntes Wachstum und gleichzeitig werden mittlerweile wegen des zurückgegangenen globalen Im- und Exports Containerknapp. Sie sind schon noch vorhanden, aber nicht da, wo sie gebraucht werden. Die ganze Welt, wie wir sie kennen, ist in extremer Unordnung. Und die Kunden halten erstmal ihr Geld zusammen, renovieren ihre Häuser und Wohnungen und kaufen sich ein Haustier. Das schon länger beobachtete Cocooning, also das Zurückziehen in die eigenen vier Wände, das konsequente Einigeln im Cozy Home nicht zu vergessen, den Lieferservice. Das alles wird nun zu einem pandemiebedingten, für viele eher unfreiwilligen Lebensstil. Ach, und man könnte doch auch einen Podcast machen, jetzt wo man eh Zeit hat. Riesenidee. Kam 2020 eigentlich keiner drauf. Und auch ich, nachdem alles bei mir daheim repatriiert war, hatte diese Idee. Wobei, Menschen und Radio haben mich schon immer wahnsinnig interessiert. Jetzt mache ich das halt mal aus Eigenmotivation und nicht gebührenfinanziert. Seit April läuft nun der Podcast CX Talks und ich hätte weder gedacht, dass das so aufwendig ist, noch dass er so erfolgreich in der Nische wird. Mit 22 Episoden Stand heute und bereits drei weiteren Folgen für 2021. Und was habe ich für Customer Experience Management im Jahr 2020 gelernt? Die gute Nachricht, Customer Experience Management ist ein etablierter Begriff, der von vielen genutzt wird. Blöd nur, dass jeder leicht etwas anderes darunter versteht. Je nachdem, wo man selbst herkommt, ist das ein Technikthema, dem Forschungs- und Analyticsbereich zuzuordnen, vielleicht auch eher ein Organisationsentwicklungsthema oder ein rein kommunikatives Marketingproblem. Wenn so unterschiedliche Vorstellungen aufeinander prassen, kann es schon passieren, dass man sich denkt, schön, dass wir darüber geredet haben, aber du hast ja schon mal sowas von gar keine Ahnung. Das stimmt aber nicht. Es gibt unglaublich viele Facetten des Themas und nur, weil du nur einen Hammer hast, ist nicht jedes Problem ein Nagel. Im Podcast CX Talks habe ich deshalb versucht, die Perspektiven durch die Auswahl der Gäste möglichst weit zu fassen. Das hat mich übrigens auch selbst mehr interessiert. Positive Nachrichten gibt es auch für das Berufsfeld des CX-Managers. Er oder sie findet zunehmend Einzug in die deutsche Unternehmenswelt und die Aufgaben erscheinen klarer. Amelie Höllersberger, Henrik Tetzlaff, Markus Mündl und Björn Sorge haben uns am Beispiel LV 1871 von PSA, der Allianz oder für ProSieben Sat.1 Digital ihren Alltag und ihre Herausforderungen geschildert. Unterschiedliche Branchen, zum Teil sehr unterschiedliches Vorgehen, aber ein gemeinsames Ziel, die bestmögliche Customer Experience. Wo Licht ist, gibt es aber auch Schatten. In vielen Unternehmen verschob sich das Augenmerk auf die Anpassung an die neuen Herausforderungen. Man war also dank Corona erstmal wieder mit sich selbst beschäftigt. Technische und organisatorische Voraussetzungen für dezentrales Arbeiten wurden eingeführt. Ein Mitarbeiter einer Bank meinte damals, dass die C3-Jahres-IT-Strategie der Bank plötzlich in drei Monaten umgesetzt werden konnte. Es wäre übrigens schön, wenn unsere Schulen und Gesundheitsämter ähnlich schnell die technologische Transformation hinbekommen könnten. Ein weiteres Phänomen, die Contact-Center steigen plötzlich wieder in ihrer Bedeutung und endlich auch in der Wertschätzung. Nicht nur die Mitarbeiter bei Reiseveranstaltern, bei der Lufthansa, bei der Telekom waren massiv in der Krisenbewältigung gefordert. Sie mussten sich ständig an neue veränderte Regeln und Rahmenbedingungen anpassen. Geht der Flug? Geht er nicht? Kann ich mein Hotel stornieren? Nein, umbuchen? Nein, doch wieder stornieren. Warum funktioniert mein Internet nicht? Ich habe viele positive Customer Experiences mit Mitarbeitern am anderen Ende der Leitung gemacht. Klar, es ist lustiger und aufsehenerregender, wenn man über die großen und kleinen Katastrophen des Customer Service redet. Aber ich freue mich an den positiven Beispielen, denn die Mehrheit der Menschen im Contact-Center ist engagiert, ist motiviert und gibt sich alle Mühe, den anspruchsvollen Job an der direkten Schnittstelle zum Kunden bestmöglich zu machen. Das habe ich von Annika Tannebaum gelernt, die mich darüber hinaus auch mit den Problemen der Führung in der VUCA-Welt vertraut gemacht hat. Omni-Channel-Management ist ebenfalls und mit nochmal mächtig mehr Dampf auf dem Kessel in unser CX-Management-Leben getreten. Das kann man als rein technisches Problem verstehen. Dann gibt es großartige AI- und SAS-basierte technische Best-in-Class-Turnkey-Solutions. Ich meine damit aber eben auch das Wirtshaus zur Einkehr, das sich plötzlich mithilfe eines Online-Lieferdienstes neu ausrichten muss, weil die Sache mit der Einkehr derzeit etwas schwierig ist. On- und Offline wird auch für den Typus Einzelhändler zur neuen Herausforderung, der stationärer Einzelhändler aus Leidenschaft war und nie daran gedacht hätte, dass ein eigener Online-Shop für ihn eine wichtige Rolle spielen könnte. Jens Krüger hatte auch dazu viel zu erzählen. Und wenn ich online bin, werde ich natürlich bewertet. Wie gehe ich denn dann damit um? Sandra Stricker und Wolfgang Greipel haben dieses Phänomen in einer Doppelfolge beschrieben. Was es vor allem aber jetzt auch braucht, sind Visionen, wie wir Dinge anders und besser machen können. Anne Schüller, Harald Henn, Nils Hafner und Cyril Luxinger denken die Dinge auch für CX-Manager voraus. Und sie vergessen nicht das Handwerk wie Customer Journey Mapping und Analytics, das Bianca Sünkel und Markus Eberl vorgestellt haben. Ich persönlich bin sehr dankbar dafür, dass all diese Gäste bereit waren, mit mir zu reden. Einige kannte ich persönlich zum Teil schon sehr lange, aber im Laufe des Jahres kam eine Reihe völlig neuer, sehr beeindruckender Menschen dazu, denen ich in meinem alten Umfeld wohl eher nicht begegnet wäre. Personal Learning, Veränderung von außen, ist immer auch die Chance, den eigenen Bezugsrahmen neu zu vermessen. Sich bewusst zu werden, dass es viele Menschen gibt, die dein Leben bereichern können, die dich inspirieren, dir Mut machen, die dir helfen. Ein edler Purpose deiner selbst ist es, dies auch für andere zu tun. Einen Anstoß zu geben, vielleicht einen kleinen Unterschied zu machen. So gesehen ist CX Talks neben meiner Arbeit mit den Menschen bei Petlando mein Beitrag als Impulsgeber für all diejenigen, die den Podcast regelmäßig hören. In 2020 waren das fast 6000 Abrufe, über 22 Folgen hinweg. Und in 2021 geht es gleich wieder mit großartigen Gästen weiter. Im Januar mit Maxi Schmidt von Forrester Research und Kerstin Köder, die Leiterin des Marketings der SAP für EMEA. Die wunderbare Ines Imdahl im Februar mit einer Diskussion zur Diversity im CX Management. Wenn Sie es bislang also noch nicht getan hatten, dann sollten Sie spätestens jetzt den Podcast abonnieren. Ich wünsche Ihnen allen für 2021 die Resilienz, um sich nicht unterkriegen zu lassen. Die Offenheit, um neue Wege zu entdecken. Die Gesundheit, um alle Pläne auch umsetzen zu können. Und die Menschen um Sie herum, die Ihnen dabei helfen. 2020 war vielleicht für viele ein ziemliches Scheißjahr. Lassen Sie uns gemeinsam an einem besseren 2021 arbeiten. Zusammen schaffen wir das. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Folgen Sie uns auf Spotify oder NKFM. Über neue Folgen informiert Sie auch der Newsletter des ICEM. Auf Wiedersehen.